1 2 3 und 4 ich weiß das sieht für euch langweilig aus aber das ist echt schweißtreibend die so kalt zu machen 1 2 3 4 da wo 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 fuhu fu 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 scheiße das war mir irgendwie klar So, Kick Mal ein bisschen Abwechslung zeigen, indem ich die einfach aus der Luft mal ankicke und nicht einfach nur durch den Boden slide So, komm her Scheiße, Scheiße Jetzt geht das wieder los Jetzt wird die No-Weapons-Challenge wieder auf eine harte Probe gestellt Und nein Ich werde keine Waffen verwenden So, jetzt mal ein bisschen aggressiver Check nicht, hier hinten war das doch irgendwo Bewego, Bewego So Habe ich immer einen Teil erledigt von den Pendern Mal checken Ich glaube, jetzt kommen so weit keine mehr Erst wenn ich jetzt wieder nach da hinten renne Ja, da hinten ist einer mit einem LMG Da hilft auch nur eins Im Zickzack-Rennen, weil gegen den hat man sonst auch keine Chance Und warten, bis er seine Salve so weit abgeschossen hat Eins, zwei, drei, vier So Ruhe jetzt Ist sonst noch irgendwo was? Ah, es kommen noch ein paar Okay Aber ich habe das hier jetzt besser gemeistert als ich gedacht Ach, ich habe drei Stück Hilfe Nein, nein So, komm her Komm her Jetzt muss ich die wieder auseinander kapseln So Puh, puh Puh, verdammt Ich hatte es fast geschafft Diese drei Säcke Die waren, die waren mir jetzt Da ist ein Dorn im Auge Da, fuck So, komm her Komm her So, jetzt da hinten Der ist mit einem LMG So So, langsam habe ich jetzt den Bogen raus Wie ich die Wie ich die alle platt mache Scheiße Jetzt wollte ich den mal entwaffnen Und habe es nicht gepackt Aber ich versuche es nochmal Komm her So Eins Zwo Drei Und vier Ihr seid echt platt Da, fuck Da, fuck Da, fuck Lässt mich jetzt in Ruhe Sau Sack Blöder du Komm her Komm her Greif Komm So Nix da Du schießt mir nicht in die Fresse So, gleich mal gucken Ob ich den hinten auch noch entwaffnet kriege So Komm her Komm her Scheiße Ich versuch's Ich versuch die zu entwaffnen Jetzt, jetzt habe ich echt Ehrgeiz gepackt Zwei Drei Und Vier Eins Zwo Drei Vier Scheiße Das Das war Das war Zu Aggressiv Hm Noch mal So Komm her Du So Komm her Wo bist du? Da bist du Hallo Na Hallo Na Hallo Na So Gibt's jetzt noch irgendwo eine Möglichkeit Wo Ich Anders an den herankomme Na Sieht nicht so aus Ich glaube ich versuch's mal hier rüber Na komm Yes Yes Ich habe endlich entwaffnet Komm Und Weg mit dem Ding So komm Wo bist du? So Wo bist du? Wo seid ihr Saftsäcke? Ihr seid hier irgendwo Das weiß ich Und ich muss euch auch Alle platt machen Oh Oh Da Fuck Eins Zwo Drei Und vier So Und weg 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 So So Puh Puh Ich denke ich glaube dass die New Weapons Channel so anstrengend ist Hui Eins Zwo Drei Und vier So Na Komm 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 Einer müsste jetzt noch irgendwo sein Ich glaube den kriege ich auch so kalt Nein 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 Och Scheiße Der letzte Jetzt verkack ich es schon beim ersten Oh Mann So komm her Komm her Hallo Na Hallo Hallo Na Oh Der mit seiner scheiß Schotti Hallo Na So Mal gucken wir uns wieder so Stylchen bekommen mit denen zu entwaffen Uhhh Uhhh Komm beruhig dich So Bei dem ist wichtig In Bewegung bleiben In Bewegung bleiben Oder Auch Nicht Also der ist echt der schwerste Hallo 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 Na Komm her Kommt her Hallo Na Hallo Na Ja Yes Endlich So Und weg mit dem scheiß Teil Puh Puh So Ach komm Leckt mich Leckt mich Mädels Ich gehe nach Hause Ist mir jetzt scheißegal Das heißt noch ein paar Pullen leben Ich will das jetzt einfach mal durchkriegen Obwohl Na Ich hab doch Ich hätte doch gern besser meine Ruhe Lass mich in Ruhe Lass mich in Ruhe Eins Zwei Drei Und vier So Lauf 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 Verdammt noch mal So ein scheiß Dreck Ich glaube das hier wird zwei Folgen füllen So Komm her Komm her Komm her Komm Los 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 So Da hinten ist jetzt noch einer Na Der mit dem LMG Und der mit der Schotti Zwei Drei Und vier So Ich bin ja echt fast gewillt Mir eine Waffe zu nehmen Und den auch zu killen Ich hab jetzt so langsam die Schnauze voll Von dieser scheiß Challenge So Yes Weg mit dem scheiß Teil So jetzt laufe ich denen mal entgegen Mal gucken ob ich die so ein bisschen Verwirren kann Eins Zwo Drei Und vier Eins Zwo Drei Und vier So Ich glaub da müssen Ich glaub jetzt müssen es noch zwei Ja da ist noch einer So Grad nochmal gucken Also Das war's für heute.